Es wird aufgezeichnet. Willkommen auf der DAF Webcon. Wir haben heute live zugeschaltet aus Tübingen wie Katrin Giltner. Katrin Giltner ist ein DAF Bachelor. Viele kennen sie vielleicht als Kato, weil sie sehr coole Blogs macht. Sie ist DAF Bachelor, sie ist Medienschaffende, ist auch im DAF Bereich unterwegs und heute wird es ausschließlich um Audiodateien, um Audacity, Podcasts und so weiter gehen. Katrin, viel Spaß und euch viel Spaß mit Katrin. Dankeschön für die Einleitung, Stefan. Ich freue mich, dass jetzt 30 Leute hier live mit dabei sind für diesen Workshop. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich hier einen Workshop bei der DAF Webcon mache. Als ich das Motto für dieses Jahr gelesen habe mit Deutsch Digital, da dachte ich, Mensch, da hätte ich ja Lust, was zum Thema digitale Audiodateien anzubieten, denn ich bin auch Medienwissenschaftlerin, habe Medienwissenschafts-Master gemacht und gedacht, ich kann ja hier mal so in einer Stunde einen kleinen Crashkurs machen, wie man eigentlich Audiodateien aufnehmen und bearbeiten kann. Denn ich habe ganz viele Ideen, was man mit Audio im Deutschunterricht machen könnte. Und damit würde ich mit euch auch gerne starten, dass wir mal gemeinsam überlegen, und da seid ihr jetzt herzlich eingeladen, in den Chat zu schreiben, was könnte man denn alles machen mit Audio auf der einen Seite oder sogar mit einem Podcast auf der anderen Seite. Ich habe auch schon ein paar Vorschläge, aber ihr könnt gerne eure Ideen ergänzen, Ideen, die ihr gerne machen möchtet, oder vielleicht habt ihr auch schon mit Audio im Sprachkurs gearbeitet und könnt da einfach mal kurz in den Chat schreiben, was ihr da schon so gemacht habt oder was ihr gerne machen möchtet. Hier seht ihr schon mal meine Ideen in der Präsentation, aber ich bin total gespannt, eure Ideen zu lesen. Und ich sehe, dass Andrea auch schon in den Chat reinschreibt. Nur kurz zur Info. Mit Audiodatei meine ich einfach nur eine einzelne Audiodatei, so wie wir sie kennen, wenn wir zum Beispiel eine CD dabei haben bei einem Lehrwerk, wo dann irgendwie ein Lehrwerktext vorgelesen wird oder eine Musikdatei. Also einfach eine einzelne Datei und ein Podcast auf der anderen Seite. Da habt ihr bestimmt auch schon Privatpodcasts, die ihr gerne hört. Das ist eben etwas, was man abonnieren kann, wo man über einen RSS-Feed eine Audiodatei abonnieren kann und dann gibt es jede Woche zum Beispiel eine neue Audiodatei und in der Regel hört man Podcasts mit dem Smartphone, dass man die sich abonniert. So und da gibt es jetzt schon Ideen. Andrea schreibt, Präsentationen von Teilnehmern aufgenommen, damit typische Fehler selbst gehört werden können. Ja, genau. Das ist schon mal eine super Idee, die Teilnehmer aufzunehmen, damit sie sich selber hören können und hören, was sie schon gut machen und was sie noch verbessern müssen. Genau. Und Stefan beteiligt sich natürlich auch. Phonetiktraining. Ja, genau. Vorher-Nachher-Vergleich. Angela hat auch eine Idee. Ich habe in einem Kinderkurs so Werbespots drehen lassen. Einfach ein Video aufgenommen und die Kinder haben Werbespot für eine Handcreme gemacht. Ah, das stelle ich mir auch cool vor, sogar mit Video. Ja, genau. Da haben die Kinder bestimmt gute Ideen gehabt, wie sie diese Handcreme an den Mann bringen können. Habt ihr noch mehr Ideen, wie man Audio einsetzen könnte oder habt ihr schon Audio eingesetzt? Kurzgeschichten? Mhm. Katharina, waren das Kurzgeschichten, die es schon vorher gab und die Kinder oder die Jugendlichen haben die vertont oder haben die selber Kurzgeschichten geschrieben und dann vertont? Hast du geplant? Okay. Ich kann ja auch mal erzählen, was ich noch so für Ideen hatte. Also zum einen kann man natürlich Texte einfach einsprechen, wenn man sagt, ich habe hier einen tollen Text und ich möchte den auch gern mit anderen Medien bearbeiten. Dann kann man natürlich selber als Lehrkraft hingehen und den einsprechen oder das mit den Schülerinnen und Schülern zusammen machen. Und man kann natürlich auch das Hören unter realen Bedingungen üben. Denn wenn man von so einem Lehrwerk die CD dazu hat oder eine Audiodatei, dann sind das ja in der Regel, ja, ich sag mal, Audios, die im Studio produziert worden sind von professionalen Sprechern, die dann auch in der Regel eine sehr saubere Aussprache haben, wo keine Hintergrundgeräusche sind. Und für Fortgeschrittene, um das zu üben, könnte man ja auch einfach mal auf die Straße gehen und vielleicht jemanden nach dem Weg fragen und der hat dann Dialekt und im Hintergrund fährt noch der Bus vorbei. Also so ein bisschen unter realeren Bedingungen das Hören zu üben. Und man kann natürlich auch gerade bei schwierigen Wörtern oder bei gewissen Lauten, womit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schwierigkeiten haben, das kann ja auch sehr von der Herkunft oder von der Muttersprache abhängen, dass man die speziell üben kann mit Audiodateien. So, Martha schreibt noch in den Chat, meine Schüler haben auch eine Werbung gedreht, warum soll man Deutsch lernen? Ah, das fände ich spannend. Da hatten sie bestimmt gute Argumente. Okay. Und auf der anderen Seite für Podcasts habe ich natürlich noch die Idee, dass man selber als Lehrkraft einen Podcast machen kann, den man den Lernenden zur Verfügung stellt. Oder dass man als Klasse selber einen Podcast produziert. Zum Beispiel könnte immer eine Folge von einer Einzelperson, von einer Schülerin oder einem Schüler gemacht werden oder von einer Gruppe. Und man könnte zum Beispiel das unter ein Überthema stellen, sowas wie meine Hobbys oder so. Und dann macht jeder eine Folge zu seinem Hobby, wo er was dazu erzählt. Oder man könnte natürlich auch für andere Lehrende einen Podcast machen, wo man seine Erfahrungen teilt. Und Stefan schlägt noch vor, ein Wochenrückblick. Was haben wir diese Woche gelernt? Ja, das fände ich auch total super, dass man die Sachen, die man gelernt hat, immer zusammenfassen kann. Und dann hat man quasi immer diesen Fortschritt so in den Ohren. Das stelle ich mir richtig cool vor. Ich glaube, da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Ja, sehr schön. Falls ihr noch Ideen habt, was ihr mal machen könnt mit Audio oder was ihr euch wünscht, dann könnt ihr die gerne noch in den Chat schreiben. Den habe ich ja jetzt auch noch im Blick für ein bisschen, für eine Weile. Wenn ihr jetzt denkt, oh je, selber Audios produzieren, das ist bestimmt ganz aufwendig. Da brauche ich bestimmt sowas hier. Ein Profistudio mit bester Technik, teuren Mikrofonen. Aber das stimmt nicht. Da könnt ihr ganz beruhigt sein. Ihr könnt auch mit den Mitteln, die ihr schon habt, zum Beispiel mit eurem Smartphone, könnt ihr auch schon Audios produzieren. Die sind natürlich nicht die allerbeste Qualität, wie jetzt irgendein teurer Podcast, der irgendwelche Preise gewinnt oder so. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Also gerade wenn wir sagen, wir wollen unter realen Bedingungen mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten, dann ist es vielleicht ganz normal, dass es vielleicht eher so in der Qualität ist, wie bei einem Telefonat mit Freunden. Da hat man ja auch nicht unbedingt die allerbeste Tonstudio-Qualität. Deswegen müsst ihr davor keine Sorgen haben. Katharina schreibt noch was in den Chat. Vielleicht hat Katharina noch eine gute Idee für Audio, was man machen könnte. Da bin ich gespannt drauf. Was ist denn der Unterschied zwischen Audiodateien und Podcast? Genau. Also Audiodatei ist einfach nur die einzelne Datei. So wie du auf deinem Computer bestimmt auch Audiodateien hast, zum Beispiel eine Musikdatei oder wenn du eine WhatsApp-Sprachnachricht an eine Freundin schreibst, einfach nur die Datei. Und ein Podcast bedeutet, dass man einen sogenannten Feed abonnieren kann. So wie man einen Blog zum Beispiel abonnieren kann, kann ich einen Podcast-Feed abonnieren. Und dann bekomme ich die Audiodateien regelmäßig, immer wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Die meisten machen einmal pro Woche eine neue Folge. Dann habe ich eben diese neue Folge. Und bei mir, also ich höre meine Podcasts in der Regel mit dem Smartphone. Da kann ich dann immer, dann sehe ich, es gibt von meinem Lieblings-Podcast eine neue Folge. Ich kann mir die auf mein Smartphone runterladen und von meinem Smartphone abspielen. Das ist also sehr, sehr komfortabel. Man kann natürlich auch am Computer Podcasts aufrufen. Der Unterschied ist quasi, eine Audiodatei ist einfach nur eine einzelne Datei. Und ein Podcast bedeutet, dass man einen sogenannten Feed hat. Und dadurch kann man die Dateien dann anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und alle, die diesen RSS-Feed kennen, diese Adresse, oder die einfach bei iTunes zum Beispiel danach suchen, die können den Podcast dann finden und abonnieren und sich den dann anhören. Genau. Wenn ihr Lieblings-Podcasts habt, dann könnt ihr die auch im Chat verraten. Da gibt es ja auch so ein paar Trends, so True-Crime-Podcasts, wo man irgendwelche Verbrechen nacherzählt oder so. Die sind ja gerade schwer im Kommen. Aber auch zu allen möglichen anderen Themen gibt es Podcasts. Und ja, die kann man sich mit dem Smartphone dann einfach anhören. Genau. Radio Wissen genau von den ganzen Radiosendern. Und so gibt es auch mittlerweile echt gut produzierte Podcastshows zu verschiedenen Themen. Und das Schöne ist eben, man kann sich die dann anhören, wenn man möchte. Man kann die dann zum Beispiel im Bus hören, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Oder viele hören das, wenn sie irgendwie joggen, wenn sie Sport machen, wenn sie putzen müssen. Da kann man dabei ja jetzt nicht lesen oder ein Video gucken. Aber Podcasts sind echt praktisch, weil man kann sich die einfach in die Ohren machen und hat dann immer noch die Hände frei, um irgendwas anderes zu machen. Deswegen sind Podcasts so praktisch. Und ihr braucht gar nicht so viel, um einen eigenen Podcast zu machen oder eben Audiodateien. Ihr braucht eine Idee. Das ist die Glühbirne auf der Folie. Ihr braucht entweder ein Smartphone oder ihr braucht ein Mikrofon. Bei einem Mikrofon ist das Emoji leider weggegangen. Aber das könnt ihr euch einfach so vorstellen. Irgendeine Art von Mikrofon oder Aufnahmegerät oder hier zum Beispiel. Das zeige ich euch dann gleich auch nochmal so ein kleines Mikrofon, was man sich dann so anklipsen kann ans T-Shirt. Und ihr braucht einen Computer, mit dem ihr dann die Datei schneiden und bearbeiten könnt. Bevor wir damit anfangen, und das ist ja jetzt hier ein interaktiver Workshop, das heißt, ihr könnt gleich auch noch etwas aufnehmen, wollen wir nur kurz ein paar Vorkehrungen treffen, wie wir jetzt vorgehen, damit unsere Aufnahme nachher gut wird. Da können wir ein paar Sachen machen, um die Tonqualität zu verbessern. Der erste Punkt ist, ihr solltet an einem möglichst guten Ort aufnehmen, wo wenig Hall ist. Also jetzt nicht unbedingt gerade in einer Turnhalle oder sowas, wo es schon ganz natürlich ganz, ganz viel Hall gibt. Es sollte möglichst ruhig sein. Ihr könnt die Türen zumachen, ihr könnt die Fenster zumachen. Sagt euren Kolleginnen und Kollegen Bescheid, dass sie euch jetzt erstmal nicht stören sollen. Versucht da einfach dran zu denken, von wo alles Störgeräusche kommen könnten. Dann solltet ihr natürlich ein bisschen eure Stimme vorbereiten, also euch ein bisschen warmreden. Ich rede jetzt hier in meine Kamera, ich rede mich jetzt gerade schon warm, aber das könnt ihr auch machen. Ihr könnt auch einfach mal schon so ein paar Übungen machen, ein paar Laute machen. Einfach, dass ihr so ein bisschen, ja eine Kirche sagt der Stefan genau, einfach, dass eure Stimme schon mal so ein bisschen warm ist. Und falls ihr gerne Kaffee trinkt, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch, denn ich persönlich trinke keinen Kaffee. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, Kaffee ist wohl nicht so gut für die Stimme. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade eine große Tasse Kaffee trinken vor der Aufnahme, sondern lieber stilles Wasser oder einen Tee. Das ist wohl besser für die Stimme. Dann müsst ihr noch gucken, was könnte es noch so für Störgeräusche geben. Da ist das Handy ein ganz großer Faktor. Also wenn ihr jetzt nicht mit eurem Handy aufnehmt, sondern mit eurem Mikrofon, macht das Handy nicht nur auf lautlos, sondern stellt es am besten in den Flugmodus. Sonst kann das passieren, dass dann immer so noch so Geräusche dazukommen von den Funkfrequenzen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber es stört. Also besser in den Flugmodus stellen. Und für die Damen unter uns, wir wissen ja, dass hier bei der DAF WebCon immer 90% Frauen dabei sind. Da könntet ihr noch mal gucken, habt ihr vielleicht irgendwelche Ohrringe, die klimpern? Oder habt ihr vielleicht irgendwelche Armringe oder sowas, die klimpern könnten? Das merkt man dann vielleicht gar nicht mehr, wenn man schon den ganzen Tag diese Ohrringe drin hatte. Aber jetzt ist noch mal der Zeitpunkt, um zu gucken, habe ich hier irgendwas, was vielleicht klimpern könnte? Auch gucken, wie man sitzt. Also dass man vielleicht nicht die ganze Zeit jetzt hier so irgendwie an der Hose reibt oder sowas. Das hört man dann alles, sondern sich eine gute Sitzposition finden. Und dann schauen, dass man nicht so viel rumknatscht. Eventuell, je nachdem, was ihr für ein Mikrofon habt, könnt ihr noch mal gucken, ob ihr euch dafür irgendein Zubehör habt. Also zum Beispiel so ein Windschutz oder Popschutz, der macht dann die Qualität noch mal ein bisschen besser. Ist kein Muss, aber falls ihr sowas habt, könnt ihr das gerne benutzen. Und zu guter Letzt solltet ihr euch natürlich überlegen, was ihr erzählen wollt. Das ist jetzt heute für diesen Test natürlich nicht notwendig, aber grundsätzlich würde ich euch empfehlen, dass ihr euch nicht einfach so mit einer guten Idee vor das Mikrofon setzt, sondern dass ihr euch zumindest Stichpunkte macht, was ihr erzählen wollt. Oder wenn ihr jetzt sagt, ich will hier einen Text vorlesen, dass ihr euch den dann raussucht und es damit bequem macht. So, ich hoffe, bei euch ist es jetzt ruhig. Ihr habt jetzt euer Mikrofon oder irgendwas einigermaßen bereit. Da kann ich euch jetzt kurz zeigen, womit ihr jetzt arbeiten könnt. Eine Möglichkeit ist, ihr nehmt euer Smartphone und ihr guckt, ob ihr darauf eine Recording-App habt, also irgendwie sowas wie Sprachnotizen, Sprachaufnahme, Recorder, irgendwie sowas in der Art. Oder ihr ladet euch eine App runter, speziell zum Aufnehmen. Für Android gibt es zum Beispiel eine, die heißt RecForge. Die habe ich auf meinem Handy. Die kann man dafür benutzen. Aber theoretisch hat ja jedes Smartphone ein ganz gutes eingebautes Mikrofon, was wir auch zum Telefonieren benutzen. Ich weiß, wir benutzen unsere Smartphones heutzutage für ganz viele Dinge. Da kann man das Telefonieren mal vergessen. Also müsste da in der Regel auch irgendeine Recording-App drauf sein. Oder, was ihr wahrscheinlich auch oder was viele von euch haben, wenn ihr ein iPhone habt, dann habt ihr eh diese Kopfhörer schon dabei, wo auch so ein Mikrofon hier eingebaut ist. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Das kann man natürlich auch verwenden und das einstöpseln. Oder vielleicht habt ihr auch von einer anderen Marke solche Kopfhörer mit einem Mikrofon dran. Das geht für den Anfang natürlich auch. Wenn ihr ein kleines bisschen professioneller unterwegs seid, dann könnt ihr gucken, ob ihr euch ein Aufnahmegerät besorgen könnt. Das ist sowas wie das, was ich hier in der Hand habe. Das muss man nirgendwo anstöpseln, sondern da ist eine Speicherkarte drin und ich kann da jetzt einfach so fröhlich reinsprechen. Ich müsste es natürlich anschalten vorher. Aber grundsätzlich ist das ein cooles Gerät. Oder eben ein USB-Mikrofon, das ich dann an meinen Computer direkt anschließe. Da gibt es auch ganz viele Arten und Modelle. Da könnt ihr ja mal gucken. Ihr müsst euch hier nicht unbedingt eins kaufen. Vielleicht könnt ihr noch irgendwo mal eins ausleihen, wenn ihr mal mit Audio experimentieren wollt. Für heute gehe ich jetzt davon aus, dass ihr entweder ein Mikrofon habt, was ihr anschließen könnt an euren Laptop. Also sowas wie ein USB-Mikrofon oder sowas wie so ein Mikrofon, was ihr jetzt an euren Computer anschließen könnt. Oder theoretisch meine Webcam, die ich gerade benutze, die hat auch ein eingebautes Mikrofon. Das ginge natürlich theoretisch auch. Hauptsache ihr habt irgendeine Art von Mikrofon an eurem Gerät oder ihr habt euer Smartphone und könnt da jetzt gleich reinsprechen und habt dann die Möglichkeit, die Datei zu übertragen auf euren Computer. Zum Beispiel indem ihr ein Kabel ansteckt oder indem ihr euch die Datei in die Dropbox freigebt oder so. Da müsst ihr jetzt gucken, wie ihr das machen könnt. Musikladen ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Genau. Und es gibt natürlich auch online ganz viele Seiten, wo man sich informieren kann oder wo man das bestellen kann. Da muss man einfach mal gucken, was das eigene Portemonnaie hergibt und auch zu welchem Zweck man das verwenden möchte. Also ob man das immer nur alleine verwenden möchte oder zum Beispiel sowas hier ist auch total toll, um damit mobil unterwegs zu sein, wenn man zum Beispiel auf die Straße gehen will und man will O-Töne von Leuten holen. Also gerade so für so Projektarbeit kann ich mir das echt toll vorstellen, dass Schüler vielleicht auf die Straße gehen und Leute fragen, hey, was sagen Sie denn zum Thema Klimawandel? Und dann sammelt man so ein paar Stimmen und macht dann daraus eine Reportage oder so. Das kann ich mir ganz toll vorstellen. Genau. Ja, Thomann ist zum Beispiel ein bekannter Anbieter für Audio Equipment. Da kann man sich dann mal umschauen. Aber wie gesagt, fürs Erste reicht auch erstmal irgendeine Art von so einem Mikro. Bei einem Laptop ist oft ein Mikrofon eingebaut. Oder das Smartphone. Wir wollen ja jetzt erstmal testen und nicht sofort hier euch 300 Euro Mikros zum Kauf anbieten. Genau. Da könnt ihr jetzt also mal schauen, was ihr benutzt, was für ein Gerät. Und dann würden wir jetzt schon in die Aufnahme wechseln. Und dafür könntest du, Stefan, einmal den Dateiport Pro rüberziehen. Falls ihr jetzt aus irgendeinem Grund keine eigene Datei aufnehmen könnt, dann habe ich eine für euch vorbereitet, die ihr benutzen könntet. Die könntet ihr euch jetzt runterladen. Alternativ share ich jetzt gleich meinen Bildschirm und ihr könnt dann in der Zeit mit mir zusammen aufnehmen. So, ich ziehe jetzt die Datei rüber. Wartet. Klicke. Hat das hin? Ja, genau. Ihr könnt ja kurz in den Chat schreiben, womit ihr jetzt aufnehmen werdet. Oder wenn ihr sagt, ich kann leider nicht selber aufnehmen gerade, dann müsstet ihr euch jetzt diese Rohdatei hier runterladen. Katharina mit Audacity und Laptop. Super. Wahrscheinlich ist an deinem Laptop dann auch ein Mikrofon schon eingebaut, richtig? Genau. Ja. Das ist natürlich nicht die allerbeste Qualität, weil das eher so zum Skypen oder so gedacht ist. Aber jetzt so für einen Test ist das natürlich gar kein Problem. Das muss jetzt nicht die beste Qualität haben. Hauptsache, man sieht mal, wie es funktioniert. Und wenn man dann Spaß daran gefunden hat, dann kann man immer noch gucken, ob man sich irgendwie ein besseres Mikrofon besorgen kann. Okay. Schalte ich jetzt auch gleich mal um. Zack. Genau. Dann könntest du mich jetzt in den Screensharing-Modus umschalten. Ja. Okay. Und ihr müsstet jetzt wahrscheinlich meinen Desktop sehen können, richtig? Stefan, kann man meinen Desktop sehen? Katharina schreibt ja. Okay, super. Ich kann alles sehen, ja. Ich habe jetzt hier dieses Programm Audacity schon an. Das ist ein kostenloses Programm. Das gibt es für Windows, für Mac und auch für Linux. Und das kann man benutzen, um Audio-Dateien aufzunehmen und Audio-Dateien zu schneiden. Das ist ein Open-Source-Programm. Das ist Freeware. Das kann ich also nur empfehlen. Das sieht nicht so hübsch aus, wenn wir mal ehrlich sind. Aber naja, das ist ja nicht alles. Also da können wir ja drüber hinwegsehen, dass es vielleicht ein bisschen hässlich aussieht. Wenn ihr jetzt auch, ich spreche jetzt für diejenigen, die so wie Katharina mit Audacity jetzt aufnehmen. Die anderen, die können jetzt einfach ihr Smartphone nehmen und da eine Aufnahme starten. Bei Audacity machen wir das so, dass wir hier auswählen können, auf welches Mikrofon Audacity zugreifen soll. Wenn man mehrere angeschlossen hat, dann muss man jetzt hier das Richtige auswählen. Und ich habe jetzt hier nur das von meiner Webcam angeschlossen. Deswegen ist das hier schon in Ordnung. Und was jetzt wichtig ist, wir müssen jetzt hier auf diese, ich hoffe man sieht meine Maus, man muss jetzt hier auf diese Anzeige, diesen Wiedergabepegel, Aufnahmepegel, darauf muss man achten, weil wir möchten weder, dass die Aufnahme zu laut wird, noch dass sie zu leise wird. Wenn sie zu laut wird, dann hört sich das nur ganz fies an in den Ohren, wenn das so genannt übersteuert. Wenn es zu leise ist, ja, dann hört man uns eben nicht so gut. Deswegen müssen wir gleich mal hier drauf achten. Und wir kennen alle schon den roten Recording-Knopf aus anderen Kontexten. Und auch hier benutzt man den jetzt, um eine Aufnahme zu starten. Und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Ich habe jetzt hier eine Aufnahme gestartet und man sieht schon, dass sich hier etwas bewegt. Das könnt ihr wahrscheinlich gleich nicht hören, aber ich drücke jetzt auch mal hier wieder auf Stop. Hier ist jetzt schon eine Audiospur entstanden. Also ich habe jetzt hier schon gesprochen und man sieht das bei diesen sogenannten Wellen, ja. Wenn es quasi hier so hoch wird, dann wird es auch laut. Daran sieht man jetzt, dass ich gesprochen habe. Und zum Beispiel hier, wo man diese Pause sieht, da habe ich dann nichts gesagt. Da ist jetzt die Pause, das kann man schon sehen. Und das könnt ihr einfach mal mitmachen und könnt auch einfach mal die Aufnahme starten. Und könnt dann auch mal die wieder abspielen, indem ihr einfach hier an den Anfang klickt. Und dann könnt ihr hier einfach auf den grünen Knopf euch das nochmal anhören, was ihr jetzt aufgenommen habt. Ich glaube, ihr habt das jetzt bei mir nicht gehört. Aber ich zeige euch jetzt nochmal, dass ich jetzt hier nochmal aufnehme und ich achte jetzt hier auf meinen Pegel. Und ihr seht schon, der wird jetzt hier ein bisschen rot und das ist nicht gut. Das bedeutet, dass ich ein bisschen zu laut bin. Deswegen kann ich meinen Pegel jetzt nochmal runterstellen. Und zwar kann ich jetzt hier meine Aufnahmelautstärke ein bisschen verringern. Ich rede weiter und jetzt wird es nicht mehr rot, jetzt wird alles nur noch grün. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Das hier ist ja jetzt quasi nur Quatsch, den ich geredet habe, um das Ganze zu testen. Also könnte ich das jetzt natürlich auch wieder löschen. Oder ich würde jetzt einfach weiter aufnehmen. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr mal das passende Mikrofon auswählt. Ja, ich habe hier meine Stimme leiser gemacht. Dass ihr jetzt einfach mal euer Mikrofon auswählt und jetzt einfach mal vielleicht 10 oder 15 Sekunden etwas erzählt. Ja, das muss jetzt auch nichts Tolles sein. Ihr könnt auch einfach nur erzählen, aus welcher Stadt ihr kommt und was ihr heute Morgen zum Frühstück gegessen habt. Das ist ja ganz egal. Hauptsache, ihr habt jetzt schon mal so eine erste Audioaufnahme erstellt. Dafür würde ich euch jetzt einfach mal ein, zwei Minuten Zeit geben. Und für diejenigen, die mit dem Smartphone arbeiten, die müssen das jetzt aufnehmen und dann ihre Datei übertragen auf den Computer zum Beispiel, indem sie das per Kabel übertragen oder indem sie das zum Beispiel per Dropbox übertragen. Genau, Katharina, du müsstest hier eigentlich schon stumm sein, aber ich halte jetzt auch einfach die Klappe und dann kannst du einfach mal kurz was bei dir aufnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lösche mal hier meine Spur mit dem, was ich eben erzählt habe. Dabei habe ich ja nur gepegelt und ich ziehe mir mal eine Spur hier rein. Die habe ich vor ein paar Tagen schon vorbereitet, als Vorbereitung für diesen Workshop. Und ich würde gerne noch, dass mir vielleicht noch zwei, drei Leute im Chat eine Rückmeldung geben, ob sie ihre 15, 20 Sekunden aufgenommen haben, ob das geklappt hat. Mein Malte hat geklappt. Das ist super. Das ist super. Christina hat auch geklappt. Angela hat gesagt, sie glaubt, sie hat was aufgenommen. Die Wiedergabe, guck mal, du kannst mit der Maus einfach an den Anfang klicken und dann drückst du auf den grünen Play-Button. Und dann sollte es auch schon so laufen und dann siehst du, dass du, dann hörst du dich, wenn es geklappt hat. Und man sieht aber auch an diesem Ausschlag, an diesen Wellen, wenn etwas aufgenommen wurde. So, aber es hat ja auf jeden Fall bei einigen von euch geklappt. Das ist schon mal super. Dann können wir uns jetzt angucken, was wir denn jetzt damit machen, was wir hier aufgenommen haben. Und zwar kann man jetzt hier an diesen Wellen schon sehen, dass das ganz unterschiedliche Sachen sind. Hier am Anfang schlagen die Wellen ganz hoch aus. Da habe ich absichtlich noch ein bisschen an meinem Aufnahmegerät rumgefummelt, als ich das so auf den Tisch gestellt habe. Und das ist natürlich etwas, das wollen wir nicht in unserer Aufnahme haben. Das wollen wir auf jeden Fall weg haben. Und wir sind jetzt hier in Audacity mit diesem Werkzeug hier, mit diesem aussehenden I, das Auswahlwerkzeug. Und das am Anfang hier, dieses Geraschel, das können wir jetzt einfach mal markieren, indem wir klicken und ziehen. Und jetzt ist es so weiß markiert. Und das können wir jetzt einfach wegmachen, indem wir auf der Tastatur auf Entfernen klicken. Und zack ist es weg und unsere Aufnahme startet dann hier mit dem guten, in Anführungszeichen, mit dem Audio, das wir wirklich haben wollen. Und ich kann mir dann ja jetzt hier anhören, was ich aufgenommen habe. Diejenigen von euch, die sich die Datei runtergeladen haben, die hören jetzt natürlich das Gleiche wie ich. Hier habe ich gesagt, hallo, das ist eine Testaufnahme für die DAF Webcon. Also bis hierhin ist alles super, das wollen wir so haben. Und jetzt sehen wir aber hier, dass schon wieder diese Wellen, dieser Ausschlag sehr, sehr hoch ist. Was ist denn hier passiert? Da kann ich jetzt mal reinhören. Und da habe ich ziemlich laut gesprochen. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen, weil es hier bei dem Wiedergabelpegel ganz rot geworden ist. Rot bedeutet, es ist zu laut. Das wollen wir nicht. Und das kann euch auch schnell passieren, dass ihr etwas zu laut aufnehmt. Oder vielleicht redet ihr mit Schülern zusammen und manche reden eher leise. Manche reden eher laut. Und dann denkt ihr, oh Mist, das muss ich irgendwie leiser kriegen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und Tatjana schreibt mit dem Export als MP3, genau. Das musst du jetzt noch nicht machen. Du kannst jetzt das erstmal bearbeiten und das exportieren. Machen wir dann doch nachher. Und für MP3 brauchst du noch einen Encoder. Das steht eigentlich auch in der E-Mail, die ihr vorher bekommen habt. Oder gleich dann wieder im Anleitungsding. Aber das gucken wir uns dann gleich an. Tatjana, macht dir jetzt keine Sorgen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das hier, diesen Bereich hier, der zu laut ist, wie ihr den leiser kriegt. Und dafür benutzen wir ein anderes Werkzeug, nämlich dieses sogenannte Hüllkurvenwerkzeug. Da klicke ich einmal drauf. Und dann markiere ich mir den Bereich, der zu laut ist, mit zwei Punkten. Die nebeneinander einfach liegen. Und dann ziehe ich mir quasi die Datei hier so runter, diese Lautstärke, indem ich einfach an diesen Punkten ziehe, bis es von der Welle her ungefähr so aussieht wie der Rest. Und dann kann ich mir das ja schon mal anhören, wie das jetzt sich anhört. Und das war jetzt schon besser. Und man hat auch hier jetzt im Pegel gesehen, es war nicht mehr rot, also ist es nicht mehr zu laut. Hier habe ich jetzt noch so eine kleine Pause. Und die kann ich auch einfach wegmachen, indem ich die mit diesem Bearbeitungswerkzeug, mit diesem Auswahlwerkzeug einfach auswähle und auch der Tastatur mit Entfernen wegmache. So, jetzt höre ich mir den nächsten Bereich an. Und hier in diesem Teil habe ich zu leise gesprochen. Und da können wir jetzt genau das Gleiche machen wie eben. Ich gehe wieder ins Hüllkurvenwerkzeug. Ich mache mir hier oben zwei Punkte, mache mir danach zwei Punkte. Und diesmal ziehe ich die Spur ein bisschen lauter. So, und gucke jetzt, wie sich das anhört. Das klingt jetzt wieder ganz gut. Jetzt kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was von der Pause entfernen. Und hier am Ende, da habe ich jetzt wieder nur geraschelt mit dem Mikrofon, als ich es dann ausgemacht habe, also kann ich jetzt hier den Schluss auch noch entfernen. Das markiere ich mir jetzt einfach, drücke auf Entfernen und zack, habe ich mir meine Audiodatei schon mal grundlegend bearbeitet. Odacity hat natürlich noch viel, viel mehr Funktionen. Zum Beispiel, angenommen, ihr habt einen Hintergrundrauschen, dann könnte man das zum Beispiel auch mit Odacity wegmachen. Aber das ist jetzt zu viel für so einen kleinen Workshop. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass uns das reicht. Und dann, wenn wir fertig sind, dann können wir auf Datei gehen und exportieren. Dann können die Datei entweder als WAV-Datei exportieren, das geht problemlos, oder als MP3 exportieren. Und wie Tatjana schon gemerkt hat, standardmäßig geht das nicht. Da muss man dann erstmal noch so ein kleines Zusatzprogramm für Odacity installieren. Das dauert aber auch nur eine Minute, man muss das nur separat noch machen. Und wenn ich damit jetzt fertig bin, dann kann ich das als MP3 exportieren. Ich speichere das zum Beispiel auf dem Desktop und nenne es das WebCon 2019. Und lasse es als MP3-Datei. Ich kann jetzt hier noch zum Beispiel diese Metadaten angeben, wenn man möchte. Ich klicke einfach auf OK und zack, habe ich meine Audio-Datei. Und die kann ich jetzt zum Beispiel an meine Schüler schicken oder irgendwo hochladen oder als Podcast dann später weiter bearbeiten. Genau, Stefan, man findet das auf der Odacity-Website. Wenn man einfach nach googelt, dann findet man auch Anleitungen. Das ist nur so eine Lizenz-Sache irgendwie, dass die das nicht von Anfang an in Odacity reinbauen dürfen quasi. Deswegen muss man sich das dann noch zusätzlich installieren. Aber das ist echt keine große Sache. Genau, das war jetzt hier mein Screen-Sharing. Und Stefan, du kannst dann jetzt wieder zur normalen Präsentationsansicht zurück wechseln. Okay, super. Ihr könnt ja noch in den Chat schreiben, ob das bei euch jetzt funktioniert hat. Also hat es bei euch geklappt? Konntet ihr euch aufnehmen und konntet ihr euch ein bisschen bearbeiten? Zum Beispiel eine Lücke wegschneiden oder ein Rauschen wegschneiden? Oder euch ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser machen? Habt ihr es hinbekommen? Mehrere Teilnehmer geben ein. Wegschneiden. Lauter und leiser machen hat bei Angela geklappt. Super. Bei Martha hat es funktioniert. Bei Christine hat es auch funktioniert. Super. Dann kann ich euch noch kurz was zeigen zum Thema schneiden. Also zum einen Odacity habt ihr jetzt kennengelernt. Falls ihr einen Mac-Computer habt, dann könnt ihr euch auch GarageBand, GarageBand, keine Ahnung, wie man es ausspricht, angucken. Das müsste bei euch vorinstalliert sein. Das geht vielleicht auch. Und falls ihr eh die Adobe-Produkte verwendet, also Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dann habt ihr auch Adobe Audition. Das ist quasi so ein Profi-Programm zur Audiobearbeitung. Aber das ist auf jeden Fall noch ein bisschen komplizierter als Odacity. Aber mit Odacity kommt man eigentlich schon super hin. So, jetzt noch kurz zur Schneideteorie. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt natürlich Pausen wegschneiden oder Versprecher wegschneiden. Bei Versprechern gebe ich euch noch den Tipp, wenn ihr am Reden seid und ihr habt euch versprochen, dass ihr nicht sofort weiterredet, weil dann ist es ganz schwierig, diesen Versprecher zu finden. Also wenn es für euch okay ist, was ihr euch versprochen habt und ihr müsst es nicht rausschneiden, dann könnt ihr das einfach so machen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr dann den Versprecher rausschneiden wollt, dann gebe ich euch den Tipp, dass ihr erstmal eine kleine Pause macht. 21, 22. Denn dann seht ihr ja im Ausschlag, dass da eine Pause ist und dann könnt ihr besser identifizieren, wo ihr noch etwas schneiden wolltet. Genau, ihr könnt natürlich auch dann einfach die Pausen oder Atempausen wegschneiden und was ihr euch auch überlegen könnt, ob ihr irgendeine Art von Intro und Outro habt, also etwas, was ihr immer am Anfang von euren Audio-Dateien oder eurem Podcast-Folgen habt, irgendwie ein bisschen Musik oder eine eingesprochene Einführung, was das jetzt genau ist. Also das ist der Podcast von der Deutschklasse B2 von Stefan und wir sprechen in unserem Podcast über unsere Abenteuer beim Grammatiklernen oder sowas. Also ob ihr sowas immer haben wollt, was immer am Anfang oder am Ende ist, das könnt ihr euch dann natürlich vorbereiten. Genau, ein Jingle nennt man das auch. Das könntet ihr euch dann vorbereiten, dass ihr dann immer das Gleiche am Anfang und am Ende habt. Dann müsst ihr das nicht immer neu einsprechen. Oder ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr verschiedene Spuren kombinieren wollt. Also wenn zum Beispiel mehrere Leute sich miteinander unterhalten, dass man dann die einzelnen Spuren macht. Oder wenn man zum Beispiel mit der Klasse rausgegangen ist und die Schülerinnen und Schüler haben Interviews gemacht mit Leuten auf der Straße, haben sie gefragt, was denken sie zu dem Thema, dass man die dann aneinanderschneidet und vielleicht so eine Moderation drumherum baut. Da kann man sich das überlegen und bei Audacity macht man das einfach so, dass man dann mehrere Spuren untereinander hat und man dann immer guckt, wo die eine Spur, wo dann quasi der gesprochene Teil aufhört, dass man von einer anderen Spur der nächste dann wieder anfängt. Das ist eigentlich ganz logisch. Das kann man dann einfach mal mitspielen und könnte da so richtig so Reportagen machen, wo man vielleicht noch ein bisschen Musik oder ein bisschen atmosphärische Geräusche darunter hat. Da kann man echt kreativ werden und es ist nicht so schwierig, wie Videos zu bearbeiten. Ein paar von euch haben ja schon in den Chat geschrieben, dass sie Videos gemacht haben und Werbespots gedreht haben und Audio bearbeiten ist noch ein bisschen einfacher. So, die Katharina sagt, sie möchte kurze Geschichten erzählen, aber mit verschiedenen Stimmen. Gibt es Tools für Stimmen und Hintergrund? Du meinst quasi, dass du einen Text gibst und eine Stimme kommt. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber so für Hintergrundgeräusche, da gibt es riesige Bibliotheken, die man benutzen kann. Da müsst ihr natürlich auf die Lizenz achten, aber es gibt auch ganz viel Musik und Geräusche unter einer Creative Commons Lizenz. Das kennt ihr ja bestimmt schon, Creative Commons. Und wenn man da irgendwie Hintergrundmusik braucht, irgendwie ein Auto, das vorbeifährt oder so, dann kann man sich da bedienen und kann da Sachen benutzen. Oder man macht selber mal einen Ausflug und geht mal einen Tag durch die Stadt und nimmt sich mal die verschiedenen Geräusche auf, die es da so gibt. Das kann man natürlich auch sich selber so eine Bibliothek anlegen. Und Stefan sagt, wenn ihr mal Blut geleckt habt, dann werdet ihr richtig Gas geben. Ja, das macht wirklich Spaß, auch damit zu arbeiten und da können dann die Schülerinnen und Schüler auch richtig kreativ werden. Das könnt ihr wirklich mal ausprobieren als Projektarbeit. Soundcloud ist ein Anbieter, da können andere ihre Musik hochladen. Das ist in der Regel nicht, was unter Creative Commons ist. Da müsst ihr einfach mal suchen unter Sound Library zum Beispiel als Stichwort. Aber da gibt es verschiedene Sachen, da könnt ihr einfach mal suchen dann. Okay, also ihr habt jetzt gesehen, wie ihr aufnehmen könnt. Ihr habt jetzt gesehen, wie ihr ein bisschen bearbeiten könnt. Und dann können wir jetzt noch über das Thema Podcast sprechen. Wenn ich jetzt einfach nur eine Audiodatei für meine Schülerinnen und Schüler fertig machen will, dann habe ich ja jetzt die Basics quasi schon kennengelernt und kann mir dann jetzt überlegen, will ich vielleicht einen Podcast machen. Und ein Podcast entsteht quasi aus diesen Schritten. Der erste Schritt ist, ihr müsst eure Audiodateien vorbereiten, so wie wir es gemacht haben und man speichert die dann in der Regel als MP3-Datei. Wave-Dateien, die verbrauchen viel mehr Speicherplatz, die haben eine bessere Qualität. Das braucht man eigentlich nicht als Podcast, da reicht eine MP3-Datei. Also ihr habt eure Audiodatei und speichert euch die als MP3. Dann braucht ihr einen sogenannten Podcast-Hoster. Also das ist quasi ein Anbieter im Internet, wo ihr eure Dateien hochladen könnt und der macht aus den Dateien dann einen Podcast-Feed. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, aber in der Regel kosten wie was. Da müsst ihr euch überlegen, wie viel ihr bereit seid zu investieren, ob das ein wirklich ernsthaftes Projekt wird oder ob ihr es nur mal ausprobieren wollt. Wenn ihr es nur mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel Anchor benutzen, anchor.fm, also wie der englische Anchor.fm. Das ist zum Beispiel ein kostenloses Tool, mit dem man einen Podcast machen kann. Wenn ihr nur mal experimentieren wollt, dann reicht das vollkommen aus. Ihr meldet euch also da an und dann überlegt ihr euch, wie der Podcast heißen soll und eine Beschreibung und ein Bild und so weiter. Und dann könnt ihr dort einen sogenannten Feed erstellen und eure Dateien hochladen als einzelne Episoden. Und genau, dann gibt es noch diese sogenannten Shownotes. Das sind quasi, also klassisch ist das zum Beispiel, wenn ich eine, in der Episode über etwas spreche, dass ich dann zum Beispiel noch einen Link, über den ich spreche, mit in die Shownotes packe oder weiterführende Information oder nur einen kleinen Text, der einem Lust machen soll, dass man die Episode runterlädt und sich anhört. Das kommt also darauf an, was man da macht. Und genau, das überlegt ihr euch dann, das ladet ihr dann hoch und dann, wenn ihr diese Feed-Adresse habt, diesen Podcast-Feed, dann könnt ihr anderen Leuten diese Adresse geben und die können dann mit ihrem Smartphone, wenn sie eine Podcast-App runtergeladen haben, können die dann direkt den Feed suchen oder man würde ihn einreichen, zum Beispiel bei iTunes. iTunes ist ja so die Mediendatenbank von Apple, die jeder Apple-User, jeder iPhone-User schon vorinstalliert hat und die ist so ein bisschen der Platzhirsch. Und da greifen auch die Android- und so weiter Apps auf iTunes zu. Also wenn man wirklich das ernsthaft meint mit seinem Podcast, man will von anderen Leuten gefunden und gehört werden, dann geht man zu iTunes und reicht dort seinen Podcast-Feed ein und sagt, hallo hier, ich habe diesen Podcast, über Deutsch lernen, bitte nehmt ihn in euer Verzeichnis auf. Und wenn das der Fall ist, dann können andere Leute euren Podcast bei iTunes finden, wenn sie nach dem Stichwort suchen oder nach eurem Podcast-Namen, können den abonnieren und können sich dann immer eure Podcast-Folgen anhören. Nur für so ein kleines Experiment mit der Klasse ist das vielleicht zu viel, aber da könnt ihr ja mal langfristig überlegen, ob ihr da vielleicht als Schule oder als Uni zusammen einen Podcast machen wollt. Es macht auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Genau. Podcaster.de ist zum Beispiel ein deutscher Hoster und von den Deutschen gibt es auch noch Podigy, der Vollständigkeit halber. Das ist auch ein deutschsprachiger Hoster und wie gesagt, Anchor.fm, das ist ein amerikanisches Start-up und da kann man zur Zeit kostenlos noch hosten und seine Podcasts anlegen. Ja, und das war's dann quasi auch schon. Vielleicht habt ihr jetzt Ideen, wie ihr einen Podcast machen könnt, zu welchem Thema, oder ihr habt jetzt einfach nur eine Idee, wie ihr eure Audio-Dateien machen könnt und ich fände es cool, wenn jetzt noch zwei, drei, die auch mitgemacht haben, in den Chat schreiben, was bei ihnen, ob es funktioniert hat, ob sie etwas aufgenommen haben und Stefan, du könntest jetzt auch noch die geschnittene Datei einmal in den Hauptraum schieben und einmal abspielen. Da habe ich nämlich meine Testdatei, die ihr euch eventuell runtergeladen habt, da habe ich nämlich einmal genau das gemacht. Ich habe den Lücken weggeschnitten, ich habe etwas leiser gemacht, ich habe etwas lauter gemacht und habe es am Ende als MP3 exportiert. Hallo, dies ist eine Testaufnahme für den Audio-Workshop. Jetzt spreche ich mal ziemlich laut, jetzt spreche ich noch mal normal und jetzt spreche ich ein bisschen zu leise. Viel Spaß beim Bearbeiten. Genau. Und es ist immer komisch, deine eigene Stimme zu hören, aber da gewöhnt man sich dann ganz schnell dran. Das kann ich euch auch schon mal versprechen. Du hast ja deine zu laute und zu leise Stimme dann auch korrigiert, sodass es alles auf einem Level ist, oder? Sehr gut. Genau. Nicht 100%ig, ich war da jetzt nicht ganz genau, aber am Anfang war das eine deutlich zu laut und das andere deutlich zu leise. Das habe ich ungefähr angeglichen, damit es angenehm ist, zu hören. Und da achtet man beim Pegel, dass man so auf minus 6 ungefähr ist. Also das kann man bei Audacity dann sehen, aber er sagt einem auch, wenn man zu laut ist, einfach dadurch, dass es rot wird, da kann man sofort sehen, dass man noch zu laut ist. Und im besten Fall achtet man einfach schon bei der Aufnahme drauf, dass man dann den Mikrofon richtig einstellt, dann muss man das nachher nicht mehr korrigieren. Das muss man höchstens korrigieren, wenn man auf einmal niesen muss, im Podcast oder husten oder so. Das ist auch immer zu laut, das muss man dann auch korrigieren. Super, Katharina, bei dir hat es ja geklappt. Dann kannst du ja gucken, ob du noch mehr Ideen hast, wie du das in Zukunft in deinem Unterricht einsetzen kannst. Ich habe hier noch meine Build-Credits und ich habe auch in meinem eigenen Heulen, ich mache doch Podcast, da habe ich noch eine ausführlichere Episode zum Thema, wie man einen Podcast macht. Ganz meta, ich weiß, aber wenn ihr Blut geleckt habt, wie Stefan ja schon versprochen hat, wenn ihr sagt, ich will echt einen Podcast machen, da findet ihr da das nochmal ein bisschen ausführlicher, wie das funktioniert und welche Hoster es gibt und so weiter. Katharina sagt, sie will Online-Kurse anbieten, da reicht dann aber wohl auch eine Audio-Datei. Ja, auf jeden Fall. Bei Online-Kursen denkt man in der Regel immer an Videos, aber das braucht es eigentlich nicht immer. Da reichen eigentlich auch oft Audio-Dateien. Da kannst du auch mal überlegen, ob das nicht für dich da Sinn macht. Wie sieht es mit den anderen 30 Teilnehmern aus? Manche, wie Martha und Angela haben sich ja auch im Chat gemeldet, manche waren aber noch ganz stumm, die können ja auch mal kurz sagen, hat es bei euch geklappt, habt ihr etwas aufgenommen? Und habt ihr Lust, noch mehr mit Audio zu machen? Da bin ich gespannt. Ja, Stefan, ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, aber wenn ihr was gemacht habt, dann könntet ihr das vielleicht auch irgendwie hochladen. Geht das in diesem Dateiport? Stefan, weißt du das? Oh, ich glaube, da müssen wir die Göttin Angelika fragen. Wenn jetzt die Teilnehmer hier direkt was in das... Nein, das geht leider nicht. dass es möglich ist, das reinzuladen. Nee, war. Aber wenn ihr was aufgenommen habt, dann könnt ihr mir das gerne per Social Media oder per E-Mail noch schicken, wenn ihr wollt. Da bin ich gespannt. Oder wenn ihr noch Fragen habt zum Thema... Am besten... von eurem eigenen Podcast. Wenn ihr ihn fertig habt. Ja, das wäre toll. Da hören wir natürlich rein, ja. Wie, Martha, Gott sei Dank geht das nicht. Bist du nicht zufrieden mit der Aufnahme? Wahrscheinlich denken die meisten von euch, oh Gott, meine Stimme klingt ganz komisch. Aber ich schwöre euch, da gewöhnt man sich dran und dann findet man das gar nicht mehr so komisch und dann kann man sich selber auch hören beim Schneiden und so beim Bearbeiten. Ja, wir hören im eigenen Kopf. Das ist eine ganz andere Akustik, gell? Christine, bei Christine hat es gut geklappt und sie hat viele Ideen und möchte das im Kurs ausprobieren. Ja, das ist total cool. Probiert das mal aus. Man kann so einen kleinen Workshop ja auch mit den Leuten machen, das ist ja echt nicht so schwierig und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch gegenwärtig interviewt, ob ihr irgendwelche Quizzes macht, ob ihr eine Reportage zusammen macht. Da gibt es echt viele Ideen, was man zusammen machen kann. Ich klebe euch gleich noch einen Link rein in den Chat. Achtung! Moment. Jetzt bin ich ganz gespannt, was das für ein Link ist. Da kann ich auch, ob es funktioniert. Der hier. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Die Kathrin hat eine ganz tolle Website gestaltet, in der es letzten Endes darum geht, Freunde, nicht jammern, Hintern hoch und einfach loslegen und machen. Und ob das Podcast ist oder irgendwas anderes, digital oder nicht digital, egal, aber es gibt nichts Gutes, außer ihr tut es. Es ist wirklich eine sehr inspirierende, eine sehr inspirierende Website. Das freut mich. Genau. Ich finde, wenn man irgendeine coole Idee hat, das Blödeste, was man machen kann, ist sich zurücklehnen und sagen, ja, da müsste ja irgendjemand sich mal drum kümmern und sowas machen. Ich finde, das soll man dann auf jeden Fall selber machen, zumindest probieren. Und es ist heutzutage, gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann, auch mit geringem Budget und geringem Zeitaufwand kann man schon coole Sachen machen, sei es ein Podcast oder irgendwas anderes. Und deswegen gibt es da dann auch Anleitungen dafür. Ja. Ja. Genau, das war es auch schon. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Audio. Katrin, ich bedanke mich sehr bei dir. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen. Wir bedanken uns bei euch fürs Mitmachen. Und wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann würde ich die Aufzeichnung hier beenden. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Und wir sehen uns vielleicht gleich in einem anderen Workshop. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.